Servus und hallo zu einer neuen Folge von Let's Play Leech of Legends. Diesmal teste ich Lux aus. Mit Söltra. Mit Söltra. Darionar, der den neuen Champ V besitzt und Outnups nutzt. Watchmen in Nidaleh und Aldorans mit Timo. Und Söltra mit Velga. Warte mal, jetzt bin ich mit Watchmen unten? Oh, warte, nein. Ja, auch mal was neu. Willst du mich so bauen? Nein. Ich habe meine Kuh verfehlt. Ich habe mal was mit. Sie laufen. Haben die Bots eigentlich auch Run oder sowas ähnliches? Glaube ich nicht. Selbst wenn, wenn sie schlafen. Klick doch mal drauf, ob sie AP haben. Ob Velga AP hat. Die mittleren Bots haben auf alle Fälle volle Talentbräume. Ja, klar. Sein Schlechtkreis. Er ist ziemlich... reich. We can do this. We can do this. Benutze seinen Kreis abzusauen. Kenne ich irgendwoher. Erinnert mich hier irgendwo dran. Loil, ist das doof? Ach, geh sterben. Der kleine Kreis hat nur abzusauen. Ich lasse auf meinen rein. Ich lade die immer mit so schönem Licht auf. Und zurück. Da ist er. Er ist tot. Nice. Lustig wird es erst dann, wenn ich meine Katzengestalt habe. Das soll ja ein Puma darstellen. Ja, nee. Fessel mich doch die Koppel. Ich bin... Oh, ich bin tot. Warte mal, ich muss mal kurz aufkommen. Genau. Scheiße. Safe für Teemo. Ich wein. Ich bin gleich wieder oben. Oh, ich hab keinen Mann mehr. Nur eben 10 Gold abwohlen. Warum bleibst du nicht hängen? Wenn du wieder da bist, geh ich wieder, gell? Die Milden ins Köln nicht. Jetzt hier noch nicht Malfight. Äh, Malfight, der ist weit weg. Oh, da ist er. Hilfe. Noch nur ein Teemo. Deswegen, ja. Teemo mit zu wenig Haste, ja. Oh, das rennt sie durch. Uuh. Werber. der war jetzt fehlt mir schon wieder das machen was er sterbt nicht am igniter ach das finde ich doch traurig was kann ich mir auch keinen blumentopf kaufen aber der tower ist da gleich in fahrs ist es denn der derby will mich jemand hier ärgern oder was achtung weg aus oben ja danke ich bin fast dran gestorben ich gehe auch mal zurück du hast gekillt ja und ich fahre mal meine kohle ich ihn auch fast hätte ich mana gehabt wäre er tot verdammt die haben mich irgendwie kann ich weiß nicht wie was die können sowas die sehen dich ja auch im jungle ich gehe mal weg würde ich dir auch empfehlen so viel live hast du nicht ich habe schon einen langsam spielenden champion genommen ich bin auch so langsam hier watchman ist viel zu schnell also championing im feld dass ich eine attacke habe zum äh oder bitte wehen ein spell den ich zum account benutzen kann das ist doch schon mal was du lässt nix zum farm üblich du meine kohle sind die kälte du dritt jemand durch der hat er ist ja oben schon gefunden achtung hinter uns ist einer noch nennen nicht von der tüten bitte hier nix das gibt es doch nicht nicht ärgern oder? das ist ein Malfight ok ganz schön langsam das ist gut da das ist gut da Ah, ich kann nur zwei treffen dann Jupp, nur zwei Stück geht mit der Akku Wird gerade aufgenommen Jupp, Jupp, Jupp Jupp, Jupp, Jupp Was geht's denn, was geht's denn Erleichtern mal unseren da im Farm, gell Oh, da kommt gerade einer Watchmen Fuck Piu Da wird Watchmen zu creepy Was? Du bist durchhaltend, ich komm gleich Oh, du hast ihn bekommen Ja, du musst durchdrehen, wollt ihr mich verabschieden? Oh so Der Vader ist echt schlimm, der trifft da wirklich überlast Jupp Was oder sowas denn schlimm war Kartus ist extrem schlimm Weiger geht noch Annie ist auch richtig ekelig Im mittleren Board Game Im mittleren Board Game Stimmt doch gar n Weil die immer einen Stun bereit hat Hatschi Den hat sie konstant oben Also das ist quasi wie Cheaten Wo kommen denn die auf alle her Wo kommen denn die auf alle her Es ist genauso wie mit Sion im mittleren Board Game, der ständig seine Ulti über die hat Wir können das machen Double Weiger What does it mean? Und wenn du stirbst Ja, ich sterbe Habst du gesagt? Da kam die Ulti von der Soraka noch ran Böser Weiger Ja Ach Ash Nervt nicht Komm hier Ash Hatschi 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 Ich hab keinen Stun Doch klar Gut Damit kann ich ihn bewegungsunfähig halten Dann halt festfalten Die Ulti von Ist das nicht Ja, wenn er mal hier von anderen Minions weggehen will Nein! Ich will mich trollen, oder? Ja Oh, unglaublich Der Malf ist echt ne Hausmarke hier Aber egal, das ist Nice Shut down Äh Syltra dreimal da ins Ring Als Weiger? Durchaus Wenn man schlecht ist Hast du so ne Mana Probleme? Mhm Als Weiger? Durchaus Wenn man schlecht ist Ne Quatsch Mana Probleme hast du? Mhm Dafür hast du doch deine Kuh Äh, deine Passiv Mhm Ich glaube schon, dass du wirst sterben Oh nö Ash Ulti, komm Ash Ulti, komm Ja die ist gerade eben schon verfeuert Wie weit geht Ich traue Malfat rennt hinter mir her Malfat rennt hinter mir her Äh Da fehlt's doch jetzt Da muss aber nur zwei Sekunden stehen bleiben Ne Ja Verdamm blöde Cool Times Denk Aber letztens hat das irgendwie nicht funktioniert Ich bin im Gebüsch gestanden, hab Camouflage Der Boot kommt rein Hat nicht kaputt gehauen Das fand ich irgendwie unfair Dann los watchmen Watch slow, was sie kaputt? Watch slow! Niono niono nono nono nono... Was für hey am Main gehabt... Hier ist nur mein Filz gelaufen... Meine Lars... Du wirf... Och jee, jetzt kann sie schneller rennen, das wir nicht so zum kotzen... Watchman, muss sie Innere fahren! Na... Ich bin nach der Carry, ich hab vorhanden. Ich hab da... ja, meine Kuh hat vorhanden. Kados mit KDU, ey, ist so lächerlich. Als Bot? Nein, nix als Bot, bei uns. Achso. Achso. So, ich dachte... Was weiger, weiger! Töten, töten, töten! Hier ist noch viel mehr. Obst... oh... Der Ash ist da noch irgendwo. Ich bin weg. Na! Ich will zumindest die Ash! Komm zu mir! Ich will die Ash! Das ist noch Neffat, kannst du sagen. Oh, bin ich nicht tapfer? Nein! Kommt auch noch. Oh, das war von Geist mit ihm hier. Hat mich der Red Buff gekillt, ey? Ich... Du weißt, der Red Buff ist dir grad hinterher gelaufen, ne? Ja. Ich bin ins obere Gewüsch rein. Dann ist der Red Buff zurückgekommen und hat mich umgehauen. Loll. Ich wollte eben eigentlich einfach nur die Ash haben. Q und... ja, das war eindeutig zu spät. Da kam ein Pfeil gerade geflogen. Hm. Dann wieder. Hmm. Mark. Ich werde es schauen. Ja. 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 Da war ich das. Ey, warum stehst du? Wow, ach nö, die schon wieder! Ich hab hierhin schon gestorben Also wenn wir das verliehen, wird das auf jeden Fall nicht veröffentlicht, hoffe ich Ähm, doch Es wird immer veröffentlicht Oh ja Es sei denn, es wird zu viel geflucht Die fangt an zu fluchen Das ist dann viel unterhaltsamer Den epischen 4 gegen 5 los habe ich ja auch irgendwie dann bei mir auf Facebook gepostet, dann hatte ich mir gut, steh einfach dazu Oh, wir hatten jetzt auch schon einen epischen 4 gegen 5 win Aber der wurde leider dann nicht aufgenommen und sogar zweimal hintereinander Nicht aufgenommen wurde Ich hatte an den Trakt 3 vs. 5 wins Alle gewonnen? Ja Ach, nö, nicht schon wieder! Da sind wieder alle Äsch 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 Nein, nein Endlich Siehst du genauso wie ich, Biasch Aha, mein Punkt Warum stehst du nicht den Kill? Hm? Warum hab ich keine SIS gekriegt? Ich hab Q draufgeschmissen Für mich ist es definitiv Hm, wie süß auch Lux auch ist, ich glaub für mich ist sie kein Schaf Für mich ist es definitiv Für mich ist es definitiv Für mich ist es definitiv He Light him up An enemy has been slain Oh man, langweilig, gepusht ja Lass doch erstmal Ja, schau Lass doch erstmal ne dreiviertelstunde farmen, dann beginnt erst der Spaß Wollt's man, ich hab einmal ne Ulti raufgehauen Ich hab ja 3000 Gold, glaub Ja Ich konnte mir gerade Frozen Mollet kaufen Ich konnte mir Instant Cardio kaufen Ich kann mir Instant Cardio kaufen Jetzt pushe ich mal Top Ich kann mir Instant Cardio kaufen Pfff Ich geh wieder Tode farmen Ach, sind die zu weit hier, ich will farmen Hm Hm, jungle ich Nein Nein Weigert Blubuff Das ist natürlich Zauber Timo Ich brauch's den letzten Hm Der Bot Tower könnte jetzt... Mann Oh, oh, ich bin tot Boah, dieser Malfight ist zäh Ich bin tot Ich bin tot Malfight ist zäh wie... Hm, Granit Zäh wie ein Felsbrock, wa? Schiwana kommt zu uns Zu euch rauf Das war's dann wohl für dich außer uns Nein! Nein! Ich möchte nicht sterben Nein! Ich möchte nicht sterben Komm, komm Jetzt kommt der nächste Weigert Gott sei Dank Weg hier Setz mal nen Pilz Kann ich, ich hab keinen Marlam Schon zu dem Pilzortieren Du und? Das ist gemein 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 Mann, du hamst dann da Bleib stehen Bleib stehen Ah, das ist die Auf Ich hab grad mal Ulti Du bist dort sowas von Alle verworfen mich Oho Nee Fühlt man sich glatt wieder zurückerinnert an Wer sang nochmal I will survive Okay, mit Toro wird down sein Rauf da, rauf da Oho Tch Tch Ausgrenzung Kuh, Kuh, Kuh Böhn Jetzt kommt der Puma Macht alles Erfolg Jetzt kommt die Ulti Ich krieg für die Bots keine Keine Kohle mehr Ich glaub der einzige Bot der mir noch Ich glaub der einzige Bot der mir noch ein bisschen Geld einbringen würde Malfall Top der Tower geht jetzt auch down Nein Nice Was? Weil Timo mal keinen Killsteam konnte Nice Und die Bots kriegen wieder Frühstück Verflucht Das war ein bisschen Weil du einfach nicht schnell genug gestorben bist Kommst du meinst zurecht? Nee, oder? Ich probier mal Chop zu pushen Sildra Drache Komm Er hat aber kein AD Äh AP meinstreich Haupt Tank Arena Ja Ich auch Darf ich den Drachen bitte da auszutten? Und gib mir bitte bitte Schilder Äh, wollen wir gleich von Baron machen? Oh, die Bots So zäh wie der Drache geht Äh, okay wir gehen wieder Lass uns skaten Lass uns noch Squaden die alle nach unten Wollen den Tower wohl kaputt machen Nix hier Wollen sie Jetzt den Drachen machen dann Und die haben gewordet Nein, ich glaub einfach die wollten bloß Bot gehen Mhm Sag jetzt nicht ihr habt den Drachen nicht geschafft Nee, die kamen ja grad dazwischen Kamen ja grad gegen die Bots Wow Alter Revender und Malford kriegt man einfach nen Daumen Wollen wir nicht Der Drachen Ah, Shadow Wollen wir nicht wohnen? Neuuuun Ah, alles Mist Sag mal nicht, macht man Du machst Mist Naja, er wohnt aufm Dorf, da kommt sowas vor, hab ich mir sagen müssen Ah, ein Dorf ist doch kein Dorf mehr Ja gut, es ist der größte Flecken Deutschlands Der unbewohnt ist Der unbewohnt ist Nein, Flecken ist Das ist ein Dorf, das eine Stadt werden möchte Oder auf Kühen gibt's auch Flecken Was dagegen? Was dagegen? Das ist wieder so ein komischer Malfall Ich brauch ja auch Malfall Nein, wir brauchen Schaden ohne Ende Und... Nein, 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 nein Hey warum bin ich auch geslot? Lauf durchs, durchs... Ja, zu Lauf zu mir, reißen Pils Nein, tut er natürlich wieder nicht Jetzt habe ich keine Pils mehr Nein! Nein! Du bist tot Nur mal Sommerrande Ich hab mich gerettet Jetzt sind sie durchgelaufen Okay, jetzt gehen sie... Na, okay Dann halt nicht? Ja, ich kann dir nicht tanken Doch, wir mussten tanken Was brauchst du jetzt? Ja, das geht's glaube ich schon So Ja Rocked Und Bot geht down Und ich bin Torch Ja, viele von dem nicht mehr Ja Du bist aus dem Blutige Arrasch Nein! Hm... Will ich mich verarschen? Nein Wie? Wieso kommst du so auf meine E durch? Und wieso... Ich brauche Last Hits Gib dem keine Last Hits Dann geh farm Der Dschungel ist groß genug Komm, lachen wir alle über ihn, er ist nicht böse, er ist nicht böse Patrick! Er ist weigern Ja, wär ich auch ganz stark für Ja, was läuft Machen wir ihn eben zu zweit, oder? Ist mir egal, wenn du das Gedenken bekommst Dann immer mal ein bisschen Nein, ich hab... 3.300 und ein paar zerhackte Life Das sollte passen Patrick? Ja Patrick Der Dschungel wird irgendwie leer, ich weiß nicht warum Wie, hier anders? Hier Der Dschungel wird ungutig Ich fiel in der Garen in den Beiste Ich stand mitten in dem drin und hatte keine Aggro, das war ane der Scheiß Ist der Baron jetzt auch buggy, oder was? Nee, ich stand dir näher durch meinen Sprink. Jetzt hab ich vier Buffs, äh, drei Buffs. What the fuck? Wow, was geht? Haben die euch entwählt? Stirbt hier mal. Ich kenn's dir richtig, weißt du? Ich kenn's dir richtig. Weißt du was? Ich öffne nicht. Ich hol mal los. Und warum stellst du dann... Was denn? Ach du... Juhu. Nein, ich greife immer noch nicht schnell an als Typ. Der zu. Ich hab 2,2, was geht? Schilder ist rot. Schlechter Weiker. Schlechter Weiker. Schlechter Weiker. Schlechter Weiker. Schlechter. Schlechter Weikeruu. Mvoll Doom Team. Sauern. Och... Ich bin mich klar. Aber trotzdem, irgendwelche krasten können. Von ein bisschen, wir würden die pred волchen machen lassen? Grausch, weißt du, wie Nixos das weißt du? Soll ich ihn mit ihm anlegen, weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Das hat richtig gepasst Jogat ist cool, oder? Ja Gib mir mal eine E 2,2 Mit seinem Stress hat er Ob alle drei mal Victory Ciao